Sir Arthur Conan Doyle, William K. Stewart 13. Über den Jordan Der Sherlock Holmes Adventkalender Die Reise nach Jerusalem Gelesen von Rupert Pichler Es verging einige Zeit, während Holmes und ich am Wagen der Entführer auf die Ankunft im Jordan graben und damit auf unser diesseitiges Ende warteten. Wir sprachen nicht mehr miteinander und ich bemühte mich, meinen Frieden mit Gott zu machen, was mir aber auch im Heiligen Land nicht leichter fiel. Trotzdem erschien mir ein vorzeitiges, gewaltsames Ableben mit Kopfschuss im Jordan kurzzeitig nicht unpassend, da dieser ja ins Tote Meer fließt. Offenbar färbte der defedistische und morbide Humor meines Freundes inzwischen auf mich ab. Wir benötigten nun nichts anderes als ein regelrechtes Wunder. Ein frommes Gebet kam mir als verzweifelte Option in den Sinn, doch während ich noch mit der passenden Auswahl beschäftigt war, sprach mich Holmes doch wieder an. Watson, flüsterte er, ich habe eine Idee. Endlich. Wir waren so gut wie gerettet. Ich war schlagartig erleichtert, denn Gott schickte uns sein Wunder in Form einer Eingebung meines genialen Freundes, gerade noch zur rechten Zeit. Zweifellos würde der ausgeklügelnde Plan von Holmes unsere Befreiung und unser Überleben garantieren. »Reden Sie schon,« forderte ich nachdrücklich, aber leise. »Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wie sieht denn Ihr Plan aus?« »Wir müssen präzise und akkordiert vorgehen,« erwiderte mein brillanter Freund. »Gegenseitige Abstimmung und der richtige Zeitpunkt sind von entscheidender Bedeutung für das Gelingen.« »Ich verstehe,« meinte ich hoffnungsvoll, »was soll ich tun?« »Wir werden bald stehen bleiben und aussteigen müssen,« erklärte Holmes. »Wenn ich sage, laufen Sie, dann laufen Sie los, so schnell Sie können und ohne sich umzudrehen.« »Und was machen Sie?«, fragte ich. »Ich laufe in die andere Richtung,« antwortete Holmes. »Wir waren verloren.« »Das ist Ihr grandioser Plan?«, schimpfte ich. »Davonlaufen?« »Das habe ich ja schon vorgeschlagen, und Sie meinten, es wäre eine schlechte Idee.« »War es ja auch,« insistierte Holmes. »Aber jetzt ist es anders. Wir laufen in entgegengesetzte Richtungen.« »Man wird uns dennoch abknallen wie Hasen,« stellte ich fest. Mein Freund war anderer Meinung. »Nicht unbedingt,« sagte er zuversichtlich. »Wenn ich mich nicht täusche, dann ist nur ein Mann mit einem Gewehr auf dem Wagen, während die anderen zurückgeblieben sind. Dieser Mann kann uns nicht beide gleichzeitig verfolgen und erschießen. Das bedeutet, dass immerhin einer von uns zwei eine Überlebenschance hat. »Und einer stirbt mit Sicherheit,« ergänzte ich. »Holmes, nehmen Sie es mir nicht übel, aber das ist ein ganz mieser Plan. Eigentlich ist das Ganze überhaupt kein Plan, sondern einfach nur eine blöde Idee. »Haben Sie vielleicht eine bessere?«, entgegnete Holmes, der offenbar ein wenig beleidigt war. »Kritisieren ist leicht, aber liefern Sie doch mal eine Alternative. Warum soll immer ich unsere Haut retten? Nachdem inzwischen ohne die schon alles egal war, ließ ich mir diesen Vorwurf nicht bieten. »Wissen Sie was, treuer Freund? Sie wissen meine Beiträge zu unserer Arbeit offensichtlich nicht zu schätzen. Ich habe genug. Hiermit kündige ich. Sie kündigen mir die Freundschaft auf?«, fragte Holmes. »Aber nein,« stellte ich klar, »ich quittiere lediglich meinen Job bei Ihnen. Als Freund behalte ich Sie noch, denn ich will ja nicht ohne Freund sterben. Sie vielleicht?« »Ich will überhaupt nicht sterben,« meinte Holmes, »aber wenn es sein muss, dann am liebsten an Ihrer Seite. Also was ist jetzt? Setzen wir meinen Plan um?« »Meinetwegen, was sollen wir denn sonst tun?«, jammerte ich und war mir unseres sicheren Todes gewiss. Gleich darauf hielt der Wagen an. Es war soweit. Nun würde man uns zur Exekution führen. »Aussteigen!«, befahl eine Stimme, die ich schon vom Bergziehung kannte. Im nächsten Moment ergriff mich eine Hand am Arm und zog mich von der Ladefläche. Ich hatte Mühe, dabei auf den Beinen zu landen. Dann war Holmes an der Reihe, wie ich anhand der Geräusche erkennen konnte. »Drehen Sie sich um und gehen Sie los! Zehn Schritte!«, lautete die nächste Anweisung des Entführers. Und schließlich, nachdem wir der Anordnung gefolgt waren, »stopp! Das genügt! Jetzt wieder umdrehen!« Unsere Zeit war gekommen. Entweder Holmes gab nun das Kommando, oder wir versuchten unser Glück in der blinden Flucht. Oder unser Henker würde so schnell feuern, dass wir selbst für diesen verzweifelten Versuch keine Möglichkeit mehr erhielten. Als ich so oder so auf den vermutlich finalen Akt meines Lebens wartete, wurde mir plötzlich die Augenbinde abgenommen. Das ungewohnte Licht der Sonne blendete mich. Ich brauchte kurz, um die Umgebung wieder wahrnehmen zu können. Schließlich erblickte ich den Entführer, der tatsächlich alleine war, und dann neben mir Holmes, der ebenfalls von seiner Binde befreit worden war. »Das soll mir recht sein«, rief ich trotzig dem immer noch vermummten Mann mit dem Gewehr im Anschlag entgegen. »Ich sterbe aufrecht und sehenden Auges. Jetzt schießen Sie endlich!« Ich trat zur Seite und traf den Blick meines Freundes. Er nickte mir zu, was bedeuten sollte, dass er im nächsten Moment das Signal zum Fluchtversuch erteilen würde. Doch es kam nicht dazu. Der Entführer nahm auf einmal das Gewehr herunter und verkündete, »Sie können gehen!« Holmes und ich sahen einander ungläubig an, dann fixierte ich den fremden Mann. »Was soll das bedeuten?«, fragte ich ihn. »Sie wollen uns gar nicht erschießen?« Ich erntete ein Kopfschütteln und die Versicherung. »Nur wenn Sie darauf bestehen, Dr. Watson!« Holmes verstand genauso wenig wie ich, was hier los war. »Verzeihen Sie, wenn wir verwirrt erscheinen«, sagte er. »Aber was soll das Ganze? Was wollen Sie von uns?« »Ich möchte, dass Sie gehen und nicht wiederkommen«, erklärte der Entführer. »Sie haben sich in Dinge eingemischt, die Sie nichts angehen. Ich gebe Ihnen nun die Möglichkeit, unbeschadet nach England zurückzukehren, denn der Kampf auf diesem Schlachtfeld ist nicht Ihr Kampf. Wenn Sie sich umdrehen, sehen Sie das Ufer des Jörnans. Sie werden ihn überqueren und in leicht südöstlicher Richtung weitermarschieren. Nach etwa zehn Meilen erreichen Sie die arabisch-christliche Siedlung Madaba. Dort werden wir uns sicherer annehmen und Sie bei Ihrer Rückreise unterstützen. »Und wenn wir uns weigern«, erwiderte Holmes. »Dann werde ich Ihrer Erwartungshaltung doch entsprechen müssen«, antwortete der Mann in schwarz. »Dann sterben Sie an Ort und Stelle. Befolgen Sie lieber meine Anweisung. Sie gehen über den Jordan und kommen nie wieder nach Palästina. Sollten wir sie nochmals in Jerusalem antreffen, dann betrachten wir sie als Feinde. Sie könnten getötet werden, ohne Vorwarnung. »Gastfreundschaft, es sieht anders aus«, stände ich mit gespielter Empörung fest. »Unser Akt der Gastfreundschaft«, entgegnete der Entführer, »besteht darin, dass Sie noch am Leben sind. Und jetzt machen Sie sich auf den Weg.« Holmes hob kurz die Schultern und konstatierte, »Wir haben wohl keine andere Wahl.« Dann machte er kehrt und ging in Richtung des nahen Flussufers. Ich warf dem Herrn mit dem Gewehr noch einen missbilligenden Blick zu und heftete mich an die Fersen meines Freundes. Als wir nach wenigen Schritten das Ufer des Jordans erreichten, zögerte Holmes und drehte sich noch einmal um. Daraufhin gab der Entführer einen Schuss in die Luft ab, um seiner Forderung nochmals Nachdruck zu verleihen. »Wir gehen besser«, stellte ich fest und trat als erster in das trübe Wasser. Das Flussbett war nicht allzu breit, wurde aber rasch tiefer. Bald stand mir das allerdings eher langsam fließende Wasser bis zur Brust. Etwa in der Mitte des Flusses bediente ich mich auch einiger Schwimmbewegungen, um voranzukommen. Holmes hatte mich wieder eingeholt. »Gut, dass Sie im Mittelmeer schon geübt haben«, meinte er, »doch ich war nicht zu Scherzen aufgelegt.« Wir gelangten ohne Schwierigkeiten an das andere Ufer, wo wir völlig durchnässt aus dem Wasser warteten. Ein Blick zurück zeigte, dass der bewaffnete Entführer noch immer unseren Fortgang überwachte, und so hielten wir nicht weiter inne, sondern bewegten uns zügig in die vorgegebene Richtung. »Wie lange wird der Kerl wohl aufpassen?«, fragte ich und sah nochmals kurz über meine eigene Schulter. »Sie wollen zurückkehren?«, stellte Holmes eine Gegenfrage. »Selbstverständlich«, verkündete ich mit Nachdruck. »So etwas lassen wir uns bestimmt nicht bieten. Wenn diese Leute glauben, sie könnten uns einschüchtern, dann sind sie an der falschen Adresse.« »Ganz meine Meinung«, stimmte mir Holmes zu. »Es ist wahrlich nicht das erste Mal, dass man mich mit dem Tode bedroht. Und der aktuelle Fall gehört nicht zu den am meisten beeindruckendsten. Unser zwischenzeitlicher Entführer soll sich getäuscht haben. Wenn wir uns wieder treffen, und das werden wir, dann wird dies nicht unseren Tod bedeuten, sondern seine Verhaftung. Das verspreche ich. Und ich werde ihnen dabei helfen«, ergänzte ich, um ebenfalls Entschlossenheit zu demonstrieren. »Holmes zog die rechte Augenbraue nach oben und meinte, »Ach ja, heißt das, Sie wollen Ihre Kündigung zurücknehmen?« »Natürlich«, bestätigte ich. »Diese Äußerung geschah im Eifer des Gefechts angesichts des sicheren Todes. Ich habe das nicht so gemeint.« Mein Freund nickte mir zu. »Gut, dann werde ich es mir überlegen.« »Was wollen Sie denn überlegen?«, fragte ich ein wenig verunsichert. »Nun ja«, erwiderte Holmes, ohne seine seriöse Miene zu verziehen. »Ich muss mir überlegen, ob ich Sie wieder als Partner einstelle. So etwas will schließlich gründlich evaluiert werden. Haben Sie Referenzen vorzuweisen?« »Holmes«, rief ich, »das ist doch wohl nicht Ihr Ernst!« Natürlich war er das nicht. Für ein paar Sekunden ließ er mich noch im Unklaren, dann bedeutete ein amüsiertes Lachen seinerseits, dass ich wieder eingestellt war. Wir entfernten uns immer weiter vom Jordantal. Der Weg nach Osten ging bergauf. Nach einer halben Stunde wagten wir es endlich umzudrehen und dann vorsichtig die Lage am Flussufer auszukundschaften. Der Mann mit dem Gewehr war verschwunden, nachdem er sich offenbar sicher gewesen war, dass wir tatsächlich weiter nach Madaba marschieren würden. Wir näherten uns wieder langsam dem Flusslauf und überquerten ein zweites Mal den Jordan, nun in die Richtung, die einst die Hebräer auf dem Weg ins gelobte Land genommen hatten. Dann wandten wir uns nach Norden und wanderten flussaufwärts, bis wir auf eine alte Karawanen- und Pilgerstraße stießen, die nach Westen führte. Dies erfolgten wir, bis wir, unweit des Flusses und immer noch im Jordangraben, auf eine Stadt trafen. Es war Jericho, eine der ältesten Städte der Welt. Sie war im Zuge der Landnahme in Kanaan als erste von den Hebräern und der Führung Josuas erobert worden. Der Legende nach wurden die Mauern damals durch den Klang von sieben Trompeten zum Einsturz gebracht. Später hat Jesus hier den blinden Bartimaeus sehend gemacht und am nahegelegenen Berg die Versuchung für 40 Tage gefastet, sowie dem Satan widerstanden. Wir schlossen uns nun einer Gruppe von Pilgern an, die den Beschwerlichen, weil durchaus steilen Wege hinauf nach Jerusalem vor sich hatten. Jericho lag in der Jordansenke deutlich unter dem Niveau des nächstgelegenen Meeresspiegels. Wir marschierten durch die judäische Wüste und passierten unter anderem die enge Schlucht des Wadi Quelt, in dem gerade ein griechisch-orthodoxes Kloster wieder aufgebaut wurde. Es war bereits tiefste Nacht, als wir über das Löwentor endlich wieder Jerusalem erreichten. Wir waren mit unseren Kräften am Ende, schafften es aber noch, im dunklen Gassengewirr das Haus von Salah zu finden. Bevor Holmes an die hölzerne Türe unseres einheimischen Kollegen klopfte, meinte er zu mir, »Unser Entführer mag damit Recht haben, dass Palästina eigentlich nicht unser Schlachtfeld ist. Aber er hat es nun zu unserem gemacht. Und wir werden uns dem Kampf stellen.« Untertitelung des ZDF für funk, und parafine durch die Hölzer Vielen Dank.